Dann Leandro erneut völlig freigespielt. Razzetti mit der Notbremse. Penalty und Rot gegen Razzetti. Der Penalty klar. Razzettis linker Arm ging an des Gegners Knie. Und weil St. Gallen schon dreimal ausgewechselt hatte und es im Fussball kein Friendship-Ticket gibt, musste Marc Zellweger ins Tor und gleich zum Elfmeter antreten. Leandro also gegen Zellweger. Und solche Geschichten schreibt nur der Fussball. Marc Zellweger. Huch, wie geschah mir? Marc Zellweger festigte seinen Ruf als St. Galler Kultfigur. Vor ein paar Jahren hatte es mal die gleiche Situation. Jürgen Stiel musste auch wegen der roten Karte raus. Er hat auch die Penalty gegeben und dort als Viela. Und das Mal hatte ich Glück und habe sie geholfen. Haben Sie spekuliert auf den Ecken? Ja, ich habe nur in der Rechte geumpelt, also bin ich in der Rechte geumpelt. Die künftigen Penaltyschützen werden sich das wohl bestimmt bereits gemerkt haben. Sie sind die Karte raus. Sie sind die Karte raus. Sie sind die Karte raus. Sie sind die Karte raus.